Ich heiße Rolf und ich bin 48 Jahre alt. Ich bin gelernter Ofenbauer. Ein faszinierendes Handwerk. Mit einem guten gebauten Ofen kann heute problemlos ein Aus beheizt werden. Notabene mit einem einheimischen und erneuerbaren Energieträger. Nur wenige Jahre nach der Lehre absolvierte ich die Meisterprüfung, gründete eine Firma und machte mich selbstständig. Zu nehmen nachdenklich stimmte mich die Tatsache, dass wir den Kunden mit natürlichen Materialien, oftmals mit Lehmbaustoffen, einen tollen Ofen bauten. Unmittelbar daneben würden jedoch Verbunst, Baustoffe, Kunstharze und viele weitere heikle Materialien verbaut, welche das Raumklima und auch unsere Umwelt belasten. Das gefällt mir nicht, mir fehlte aber das Fachwissen, um den Kunden bessere Lösungen aufzuzeigen. So kam es, dass sich die Ausbildung zum Baubiologen mit eidgenössisch Fachachweis absolvierte. Für mich ein Volltreffer. Noch immer bauen wir Ofeneizungen. Oftmals dürfen wir nun die Kundschaft und auch Architekt und Architektinnen in weitergehenden baubiologischen Fragen beraten. Für mich ein Volltreffer. Noch immer bauen wir uns, über die Kundschaft und Architekt und Architekt und Architekt und Architekt und Architekt und Architekt. Untertitelung des ZDF, 2020